Der neue Ford Cougar wird auch als Mild-Hybrid-Version namens EcoBlue Hybrid angeboten. Es handelt sich um einen 2 Liter 150 PS Dieselmotor in Kombination mit einem kleinen E-Motor und einem 48 Volt Lithium-Ionen-Akku. Der E-Motor unterstützt den Dieselmotor und sorgt für geringeren Treibstoffverbrauch. Zudem gibt es bis zu 50 Nm Drehmoment und 11,5 kW Leistung zusätzlich. Die Batterie lädt sich bei bestimmten Fahrsituationen, etwa beim Bremsen, auf. Die Hybrid-Unterstützung sorgt auch für beachtliche Elastizität und ein flottes Ansprechverhalten. Das gut schaltbare 6-Gang-Getriebe macht dazu ebenfalls Laune. Erfreulich mit Verbrauchswerten im Schnitt von unter 7 Liter liegt man in einem guten Bereich. Der Ford Cougar EcoBlue Hybrid mit 150 Diesel-PS ist ein sehr kultiviertes Langstrecken-Auto, punktet mit hohem Fahrkomfort, ausgezeichneten Fahrleistungen und auch der Verbrauch geht in Ordnung. Laut Bordcomputer hat sich über knapp 10.000 km ein Durchschnittsverbrauch von 6,2 Liter pro 100 km ergeben. Auch hinsichtlich des Fahrverhaltens enttäuscht der frontgetriebene, knapp über 4,60 m lange Cougar Mild Hybrid nicht. Typisch ist das Untersteuern in Kurven, das aber überschaubar bleibt. Positiv aufgefallen ist uns auch die gute Geräuschdämmung. Verschiedene Fahrmodi sind wählbar, um unterschiedliche Bedingungen und Anforderungen besser zu meistern. Je nach Modus wechselt auch die Farbe im digitalen Instrumentendisplay. Der EcoBlue Hybrid kommt gemäß Werksangabe auf 194 kmh Spitze und läuft in 9,6 Sekunden von 0 auf 100. Der neue Cougar ist innen luftig und geräumig, die Sitze sind auch hinten mannigfaltig verstellbar. Das Kofferraumvolumen reicht von 502 bis 1534 Liter. Die Elektrokomponenten des Mild Hybrid Systems befinden sich im Kofferraum. Im Fahrbetrieb merkt man eigentlich nichts davon. Das Zusammenspiel zwischen Dieselmotor und den Elektrokomponenten funktioniert sehr geschmeidig. Bei den kalten Temperaturen während unserer Testfahrten haben wir uns besonders über einige erwärmende Ausstattungsdetails gefreut. So gibt es zum Beispiel ein beheizbares Lenkrad, eine beheizbare Frontscheibe, beheizte Sitze für die erste Reihe und sogar für die beiden äußeren Plätze in der zweiten Reihe gibt es auch eine Sitzheizung. Den EcoBlue Hybrid gibt es ab Ausstattung Cool & Connect. Eine lange Extrasliste ist verfügbar, so etwa auch ein umfangreiches Fahrerassistenzsystem-Paket, das auch im Topmodell extra kostet. Der Ford EcoBlue Hybrid startet preislich bei 34.600 Euro. Unser überkomplett ausgestattetes Testfahrzeug kratzt knapp an der 45.000 Euro Marke. Einziges Manko dieser tollen Motorenvariante ist, dass sie ausschließlich mit dem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe verfügbar ist. Summa summarum hat uns aber diese Version des Ford Cougar mit dem stimmigen Gesamtpaket, ausgezeichneten Fahrleistungen und einem vertretbaren Verbrauch durchaus überzeugen können. Inseeah punched eine Armutverkampet, ein Erdämpfell, ein Ölgeräut Der Ford Cougar mit dem manuellen Motorenvariante ist, dass sie ausschließlich mit dem manuellen HIM In der Luftraumindustrie sind ein Erdämpfell Erdämpfell Sieht Erdämpfell Sieht Erdämpfell Erdämpfell Untertitelung des ZDF, 2020